Es gibt wieder einen Sonnenuntergang. Wir sehen, ob wir den richtigen Moment erwischt haben. Auf Höhe hat mal einer gesagt, das geht dann schnell, innerhalb von ein paar Sekunden, wenn man im richtigen Moment draufhält. Wenn man zu früh draufhält, ist nichts zu spät, ist zu dunkel. Aber ich mache mal eine Minute. Wieso ist es unscharf? Das war meine Hand wahrscheinlich. Jetzt ist es besser. Wir haben ja noch hier eine Thuja. Rechts und links auch. Oder eine Scheinsepresse oder sowas. Und dann gucken wir mal, dass wir hier am 1. September, am Anti-Kriegs- und Weltfriedenstag, hier einen Sonnenuntergang draufbekommen. Also noch 10 Sekunden und dann mache ich das Fenster wieder zu. Last mal noch ein bisschen. Okay, tschüss.